Hallo und willkommen zu einem neuen Horror-Game. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber es heißt blameless. Die Auflösung sieht ein bisschen... Naja, in der Aufnahme sieht sie gut aus. So sieht sie ein bisschen... Okay, ich mache es einfach mal auf Verdacht ein. Ticken, tacken heller. Okay, hier ist schon irgendwas... Achso. Film, grain, nee, bloom, ich glaube auch nicht. Qualität, normal oder low? Naja, okay. Gameplay. Haben wir... Oh, wir haben Deutsch. Wir haben Deutsch. An wichtige Orte markiert. Wichtige Orte der Objekte in der Ferne. Okay. Habe ich hier irgendwas eigentlich nicht übernommen? Hätte ich da was übernommen? Nee, okay. Steuerung. Wer ist C? Space. C. Left. Shift. Okay, ich kann rennen. Das ist bestimmt nicht gut. Inventar durchschalten. I. Taschenabwiss. Fima. F. Okay. Dann, ähm... Ja, bitte. Und ich weiß nicht, warum fortsetzen. Ich habe es gerade erst installiert. Wie immer. Neues Spiel. Ich bin ein Architekt. Freelanz. So, ich nehme job offers als sie herausfinden. So, wenn dieser Mann mich aufhörte, ich war glücklich, dass ich endlich ein Geld verdammt habe. Er sagte, er braucht Hilfe mit dem interior des Designs für seine Haus, die er zu bauen. Ich habe immer die Leute, die tun zu bauen. So, ich natürlich agreed, um zu kommen und zu schauen. Ich hatte bereits ein paar Ideen. Es war schon ziemlich late, aber er insisted auf mich kommen über den gleichen Tag. Ich versuchte, weil ich nicht will, diese Offer zu verlieren. Ich bin da mit meinem Auto. Der Haus war überall in der Suburbanie, ziemlich remote, aber mit anderen Häusern nebenbei. Ein ganzes Platz. Der Mann mich auf der Front Gate. Es war ein Temporary Fence, und der Gate war mit rotten Wooden Planks. Er hat mich angefangen, um die Stadt zu zeigen. Es war so weird, dass es ein großes Garbage Container blockieren die Straße. Also, wir mussten durch die Garage, um in die Haus zu kommen. Er hat mich durch die Bücher gezogen, also habe ich angefangen, um zu schauen. In einem Moment, ich sah ein Stain, und zu Beginn, es sah wie Brickdust. Aber dann habe ich herausgefunden, dass es sein Blut spiel auf dem Boden ist. Ich dachte, dass vielleicht ein anderer Arbeiter, der mich verletzt wurde. Also habe ich gesagt, das Mann. Das ist, wenn ich sah seine Hand, die mich aufzunehmen. Er war mit einem Metal-Rod. Bevor ich mich aufzunehmen konnte, hat er mich in die Hände gefangen. Ich muss mich überrascht haben. Ich weiß nicht, wie lange ich überrascht war. Als ich... ...woke up... Oh, oh, oh. Drücken Sie Enter, um fortzufahren. Okay, es kommt mir doch bekannt vor. Ich glaube, ich habe es vor Jahren mal angefangen. Aber war es da schon mal durch? Das Blut spieler ist nicht so, wie es ein Resultat von einem Banal-Injurie ist. Das sieht aus, als ob etwas über die Blut spieler wurde. Das Blut spieler ist. Okay. Okay, okay, okay. Ui, das ist aber ein bisschen... Kann ich... Äh... Nein. Nein, okay. Wir leben mit der Maus. Ich versuche, ruhig zu laufen. Was macht... Oh. Okay. Wenn ich das in der Hand habe, kann ich dann überhaupt noch was anderes gucken? Nein. Ich kann das alles nehmen. Wir merken uns, hier liegt eine Säge und ein Stab. Ich kann mich noch weiter durch den Attik kommen. Es sieht aus, als wären wir in einem... Ja, gut, nicht Killer, aber... Hui, ich kann noch rennen. Yay. Aber warum hat er uns hier niedergeschlagen? Was soll denn das? Na, wo häng ich denn hier? Okay. Ah. Nimm's rechts. Okay, okay, okay. Ja, nein. Was bist du? Ist mein Telefon? Ja, das sieht ein bisschen kaputt aus. Dabei sind Nokias eigentlich sehr wederstaatsfähig, zumindest ist die Kontrolle. Ja, dann... Ah, da ist es jetzt eingesteckt. Drücken Sie... Ihhh... Kann ich damit nicht, okay. Gucken wir uns erst einmal alles an, hier. Okay, irgendwie müssen wir uns einen Schlüssel basteln. Ach ja, ich kann ja in dich springen. Oh, ich mag das, wenn ich springen kann. Kann ich mir hier raus? Okay. Ich sollte die Röde binden, aber es ist zu schwer, mit der Hand zu machen. Äh, okay. Ja, aber hiermit doch nicht. Nein, kann ich dich mal eben hier... Okay. Äh, nicht mit der Hand, sondern... Oh. Ah, ich ziehe mit. Nein. Psch. Der leuchtet so. Der sieht aus, als könnte man ihn... Nehmen. Oh, diese wappelicke Maus. Was hab ich übersehen? Nein. Oh. Hallo, Licht. Warum Licht? Was ist hier so wichtig, dass ich Licht brauche? Kann ich mich hier einfach nachher draußen backen? Hm. Gibt doch nix, oder? Das ist immer so ein Geräusch, wenn ich irgendwo hier bestimmt lang laufe. Um die Stange zu verbiegen, könnte man auch einfach so ein Rohr da drüber stülpen und das dann da mitbiegen. Wenn ich hüpfe... Wenn ich hüpfe... Nee. Oh, wie... Ach, guck mal. Aha. Okay. Und eine Zange. Nein? Dann... Aha. Ich möchte das aber tun. Du möchtest doch... Wir machen ja einen Türgriff. Warum würde er mich hier drücken und dann locken mich in hier? Naja, das weiß ich nicht, aber wir finden das da raus. Geh. Wir könnten auch einfach Fenster einschlagen. Was hältst du davon? Ist doch Strom. Was soll denn das Ganze? Doch nicht. So kann ich dich wieder da rausnehmen. There's no point doing this at the moment. There's no point doing this at the moment. Muss ich dich vielleicht das kürzen? Nein. Ist das fest? Ah. Ich find... Ich bin doch gar nicht so schlecht von der Denkweise her, oder? Es gibt keinen Grund, das zu tun. Ja, aber... Warum? Wir möchten hier raus, also bau gefälligst, einen Türgriff. Dann gucken wir nochmal alles genau ab, was ihm vielleicht für die letzte Zünder Idee fehlt. Ist meine Idee mit dem Brot rüberstöpfen doch gar nicht so schlecht. Aha. Ach, guck mal. Nein, noch nicht fertig. Okay. Geh doch mal da über die Kante. Dann geh da halt nochmal rein. So. There's no point doing this at the moment. Nein. 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 Hm. Nein. Wieso denn nicht? Nein. 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 Okay. The moment. Aber irgendwann... Okay. Dann. Gucken wir uns noch mal. Dann. Hier die Sachen an. Was würde mir denn fehlen? Ich würde das sehen... Da muss irgendwas... Das muss doch irgendwie... Da rein... Und... Ich weiß es nicht. Warte mal. Können wir das kombinieren? Hä? Ist ja gerade aus Setzer geschneit. Vielleicht bilde ich mir das noch ein. Nein. Jetzt machst du hier gar nichts mehr? Du hast doch vorhin was gesagt. Was ist das? Gibt hier noch irgendwas Wichtiges? Oh. 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 Hm. Hm. Hat er doch dieses Ding... Ne. Ach schön, dass es Geräusche gibt ins Feld. Wofür ist denn dieses Kabel? Macht das hier den Strom? Nein. Na doch. Das macht hier den Strom. Das gelbe Kabel macht den Strom. Ja. Nicht zwischendurch. Einmal so ein bisschen schniefe. Tut's mir leid. Aber ich... Es schneit. Ich hab's mir nicht eingebildet. Achso. Das ist KMF-Faser von oben. Okay. Ich bin ein bisschen... verschnüpft. Okay. Ah. Ich hasse das. Ja. Man soll Spiele auch nicht so einfach machen. Aber... Wie denn dann? Wann hat er was zur Lampe gesagt? Jetzt nicht mehr. Wann hat er was zur Lampe gesagt? Ich denke immer noch, dass es irgendwie ein Stein sein könnte, den ich nehmen muss. Konnte mich doch auch irgendwie... Ach, ich kann mich ja auch hinkriegen. Achso. Da gerade schon. Ich hätte einen Erfolg geschafft. Und ich dich irgendwie... drehen. Ich weiß, welchen Kabel du schneide. Ich glaube, ich hab dich ausgeschaltet. Kann ich doch jetzt... Ich hab keine Geduld, ne? Kann man sich irgendwelche Hinweise einlernen lassen? Ich hab nur mein Telefon vorwärts bewegen. Ich könnte noch versuchen, mein Telefon auf die Bergbank zu legen. Nein. Aber was soll ich denn mit diesem Telefon tun? Wozu hab ich ein kaputtes Telefon? Aaaaaahhhhhh! Das kann ich halt nicht wegwerfen. Ich würde ein Fenster kaputt machen. Ich würde ein Fenster kaputt machen. Los. Komm, ich bin kaputt hauen. Ich kann springen, aber er kann irgendwo drauf. Cuidinha. Ich kann ihn kuchen. Ich lege. Ich kann mich. Ich kann ihn kuchen. Das... Seems fresh... Blood hasn't completely dried out yet... Oh, acht Stunden später. Ach, das meint er mit Eddick. Ich dachte, das wäre ein Licht. Ja, dann ist halt... Ich möchte... Hallo? Äh, nach unten geht's nach oben? Na komm, so dunkel ist nicht. Weiß ich nicht. Wollen wir den da hin? Hätten wir was mitnehmen müssen? Na gut. Hallo? Jemand da? Ba-da-dum! A library card belonging to Helen Woodward. Wie kam es hier? Das weiß ich nicht. Nein, weg. Haben wir was eingesackt? Sieht doch so nach einsammeln aus hier. Nicht? Hallo? Nur ein Steinchen, dann bleib doch mal dran hängen. Es hält den Wallen. Ja. Es hält den Wallen. Es hält den Wallen. Hätten den Wallen mitgenommen. Ja. Hätten mit den Wallen. Okay. Was ist das für eine Textur, bitte? Sieht aus wie eine Mumie mit so einem Verband auf dem Auge. Also, noch zusätzlich irgendwie. Ich glaube, egal. Wo kamen wir? Kommen wir da irgendwie wieder hoch? Bitte? War ich jetzt schon verkackt? Hier war doch irgendwo nicht diese Palette. Diese könnte ich... Ich könnte doch ganz einfach dann da wieder hochkraxeln. Beziehungsweise ist es doch hinter dieser einen Tür. Da kann man die nicht irgendwie aufdrücken hier. Hör mal dagegen laufen. Warum denn nicht? Was bist du? Okay. Ich habe eine Schraube gefunden. Was mache ich denn mit... Ah, warte mal. Oh! Okay. Es ist unter der Bühne. Ach so, jetzt wird es so gut, dass ich... Nein! Hallo? Wo ist denn... Also, einen Nuhwagen kann man höher fahren. Äh! Das ist aber eine Riesenschraube, dafür, dass sie da rauskam. Ich habe eine Schraube. Was könnte man mit einer Schraube machen? Ins Klo werfen. Wo war der Weg? Was ist hier? Ah, 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 ah. Der willst du es da höher fahren? Das habe ich schon kapiert. Oh, 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 ich habe aber eine Idee. Aber ich habe ja eine Schraube. Die können mit jedem Objekt vor Ihnen interagieren. Versuchen sie was? Ja? Ah, mein Gott. Ja, Tools Master. Was ist das für eine Baustelle? Wir waren noch irgendwo da. War es das? Ich nehme da mit. Oder auch nicht. Bin ich draußen? Oh, shit. Ja? Wie war es mit F für Flashlight? Ah, ist es sehr loud in meinem Ohr? The dragging stain again. Hier ist doch noch keiner, oder? Ja, nächste Prüfung. Fusebox opener ist locked in the old house in my duffel bag. The fuse box opener is locked in the old house in my duffel bag. Im abgeschlossenen alten Haus in meiner Reisetasche. Duffel bag, das klingt irgendwie auch süß. The fuse box... Ja, 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 ja. Im alten Haus in seiner Reisetasche. Ja, die Blutflecken. Ist hier auch keiner mehr? I don't like the look of that dark corridor. Let's see if the light switch is working. Ja, selbstverständlich. Nicht wahrscheinlich. Dunkle Korridor, oder? Äh, wir gucken den dunklen Korridor. The light switch. Ja, ich glaub, der ist hier. Warte. Boah, ich dachte grad, das wär' ne Spinne. Was hat er grad gesagt? Ich denke immer noch, dass ich... ...zurück zu... ...dem Hubwagen auch mal muss. Das ist ja so wie Klingelschilder. What the hell? Upsi. Shit, sie ist... ...sie ist dead. Das ist ja nicht so gut. Es ist dust. Similar to what I found upstairs on the floor. Sie ist being dragged over here, ...through the house. ...sie ist die address of this house. Was she invited here too? Ja, fein. Können wir sie wieder zudecken? Ich dachte schon wieder, ist sie eine Spinne, also nicht. Oh. Eine Taschenlampe. Ah, okay, sie geht. Sag mir nicht, dass sie Batterien hat. Wär nicht angezeigt, aber ich spare mal. Aha, das wird ein Bad. Und wo sind die Wasserleitungen? Irgendwas stimmt hier doch nicht. So. Draußen. Finally, out of the house. Ja. Aber ist hier keiner? Ich weiß ja nicht. Irgendjemand muss uns, vermisst uns auch keiner. Also einmal, halten sie beim Bewegen Schiff gedrückt, um zu rennen. Warum wird mir das angezeigt? Locked. Okay. Hey, das steht doch bei uns auf den Fenstern. Oh, die Geräusche macht's hier oben bei mir unterm Dach auch. Oh. Also vermisst keiner unseren, äh, uns niedergeschlagen im Nicht-Keller und vermisst uns, gut, zu Hause wahrscheinlich auch keiner. Weil wir sind ja als Architekt beauftragt eigentlich. Was macht dir das falsch? Ist das eine Tür? Ich würde hier irgendwo eine geheim... Also ich würde allgemein, wenn ich ein Haus bauen würde, ich würde irgendwo eine geheimtür einbauen, ne? Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? Ist es eine gute Idee? Jesus. Alter, das ist Hölle. Was ist jetzt hier runtergekommen? Wieso liegt man überhaupt? Hier so viel Scheiß noch da oben. Taschenlampe ist auch schon wieder so, ob man anhat oder nicht. Was ist denn hier? Staub, Staub, Staub. Oh, guck mal. Und was mache ich damit? Hm, ich weiß nicht. Okay, also hier liegt eine Leiter vorm Tor. Ich weiß ja nicht. Warte mal, was hat er gesagt? Der Schlüssel für den Stromkasten ist im alten Haus in seiner Reisetasche. Aber hier war keine Reisetasche, ne? Nee, hier ist doch keine Reisetasche. Nee, okay. Ich bin gar nicht da. Genau. Ich bin gar nicht da. Er ist ganz schön schnell im Kriegen. Ist das das alte Haus? Hallo? Achso. Achso. Kann ich hier auch hin? Muss ich hier hin? Überhaupt? Kann ich die Map verlassen? Nein, ich hab nen Zaun. Okay. Kann ich mich über den Zaun... Backen. Ich möchte, warum auch immer, meine Spiele kaputt machen. Oh. Echt jetzt. Was ist das? Reisetasche? Oh, was ist das? 13 July 2001. Das ist sehr gut, dass Sie selber lesen. Subject. Final reminder letter. Dear Mr. Hopkin. This is to inform you that, according to our records, as of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the three suspension ladders you borrowed from the Daredrew Construction Stores on 7 June of this year. Please return the scaffolding within 14 days upon receiving this letter. Should you choose to ignore this appeal, we will be passing this matter to a collection company, which will be obliged to forcibly remove the scaffolding from your possession. To cover any fees or penalties incurred by such action will be your sole responsibility. Note, you will not receive any more reminder letters from us. Yours sincerely, Anna Catwell, Account Manager, Daredrew Constructions, Ltd. Mhm. Simpson Hopkins. Von Anna Catwell. Daredrew Constructions, okay. Broken. A bot. This must be one of the three suspension ladders mentioned in the letter. The one of the four. Or, why can't you… I don't want to repeat the same thing. This is the one of the four. I'll say… … … … … … … … … … möchte bitte diesen Schrank öffnen. Ich dachte gerade wirklich, die hätten da so ein Stück Holz drunter gemacht, weil er ansonsten schief stehen würde. Das wäre auch ein sehr kleines Detail. Ich sehe hier keinen Reiserucksack, Reisetasche zu umfallen. Nein, schade. Ich kann mir doch nichts merken. Er hat doch gesagt, im abgeschlossenen Haus. Hier kommt man doch bestimmt nicht rein, weil da ein Türgreif fehlt. War hier nicht vorhin noch Licht? Achso, wir haben ja den Strom kaputt gemacht. Ja, aber meine Taschenampe. Kann ich die Sachen eigentlich trotzdem anklicken? Ich hoffe. Oh, ich hatte schon längst meine Medizin nehmen müssen. Warum ist alles immer locket? Ähm, habe ich noch irgendwas? Naja, habe ich nicht. Ich habe nichts Tolles mehr da drin. Warum ist alles immer locket? Tja, weil sonst würden wir ja hier durchraschen und dann hätte man nicht mehr zu gucken. Ich könnte doch einfach mal ein ganz langes, aber sehr einfaches Spiel machen, damit man viel mehr Erfolgserlebnisse hat. Ich konnte dich doch mal wegpacken hier, Taschenlampe. Das führt uns nichts. Warum ist alles immer locket? Warum ist alles immer locket? Warum ist alles immer locket? Nein, ich bin aber nicht. Ich habe es gar nicht gesehen. Also, dass ich springen kann, ist doch nur für mein Wohlbefinden. Aber weil ich wirklich springen kann, kann ich nämlich nicht. Ähm, das ist lockt mit einem Vorhängeschloss. Hier ist ja keiner Kajokin. Wo war mein Werkzeug mit dem... Ne, hier war es nicht. Was ist hier übern? Gepoltert? Betonwischer, okay. Hä? Achso. Nein, erzähl mir jetzt nicht nochmal. Wo ist das wirklich? Ja gut, hier müsste ich ja auch zurück wegen den Sicherungen. Ja. Ja. Wollen wir ja auch gar nicht. Ich, äh, versuche nur herauszufinden, wo war das mit meinem Werkzeug und den... diesem Holzverschlag mit dem... ...Wolzenschneider da. War das irgendwo? Das war nicht hier, ne? Oh, und hab ich nicht irgendwie... Ach, ne, da war ne Leiter. Ne Leiter. Ne Leiter. Ne Leiter. Ne Leiter war bei... Ja. Wege und so merken. Bei der Garage. Wo war denn die Garage? Hier, ne? Hier hab ich doch irgendwo... Hatte ich hier nicht etwas fallen lassen, was relevant ist? Relevant sein könnte? Äh. 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 Das war... Ich hab doch irgendwas vor dem... Es war doch irgendwo eine grüne Light, ja. Oder habe ich es kaputt gemacht, indem ich den zuerst hingelegt habe und dann den Hebel betätigt habe? Ich hatte hier doch eine Leiter. Die hast du doch nicht eingesteckt. Nee, die hast du nicht eingesteckt. Tja. Und nö. Guck mal, hier ist jetzt auch eine Leiter. Ich bin doch irgendwie gerade gefühlt ein bisschen größer geworden. Oh. Ich krieg's noch kaputt. Ich krieg's noch kaputt. Na? Oh nein, ich weiß es. Diese grüne Leiter, die ich suche, müsste hier hin. Scheiße. Wo ist die hin? Wo kann ich die hier jetzt nehmen? Warum kann ich die nicht einfach nehmen? Broken. Du bist broken. Ja, aber... Ja, meine Fresse. Also, das kann man auch so halten. Nur um da einmal hochzuklettern. Broken. Kann man nicht... Einmal ein Schweißgerät. Die ist broken. Wo war die andere denn? Die war doch... Wo hängst du denn schon wieder? Ich hab bestimmt das Spiel kaputt gemacht. Ich glaube, ich unterbreche gleich einmal kurz, um Medizin zu nehmen. Weil ich nämlich merke, wie sich mein Näslein wieder zusetzt. Aber ich hätte gerne zuerst einmal... ...dies blöde Leiter. Ich bin ein bisschen schreckhaft heute. Das war ich selber. Will ich mich selber sehen? Nein, nur wenn ich renne, dann sehe ich irgendwas. Guck mal, das ist doch machbar. Also, jetzt mal im Ernst. Warum sollen wir jetzt noch hier mit dem Scheiß suchen? Da, wenn ich drüber spreche. Theoretisch. Hier lag irgendwo eine Leiter. Und, ganz streng genommen, ne? Macht man sich einmal ganz platt... ...wollt sich da durch. Wo ist... ...unsere Leiter? Hätte ich mir doch nicht eingebildet. Sie war grün. Und ich hab gesagt, ich leg die da mal hin. Weil ich nämlich doch hier auch drüber wollte. Wo hatte ich sie denn her? Sie stand doch irgendwo hier. Es stand doch, es wird automatisch gespeichert, wenn man dieses B sieht. Ich hab das erst einmal gesehen. Kann ich auch so speichern? Nö. Letzter Checkpoint. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wo war denn mein letzter Checkpoint? Wenn ich diese Leiter nicht wiederfinde, muss ich das tun. Sie war hier irgendwo, diese Leiter. Ich weiß das. Okay. Ich geh einmal Medizin nehmen. Sekunde. Da bin ich wieder. Und ich hab nachgeschaut. Und wir brauchen diese blöde Leiter. Also, gehen wir jetzt diese blöde Leiter nochmal mit dem letzten Checkpoint suchen. Auf geht's. Yay. The dragging stain again. Ja, ja, ja. Blutflap. Ja, ja, ja. Ich kann mir ja alles so gut merken, ne? Ich mag nicht den Blick auf den dunklen Korridor. Mal sehen, ob die Lichter switchen wird besser. Shit. Sie ist... Sie ist tot. Es ist die Adresse dieses Hauses. Ja. Sie war hier auch geinvited? Ja. Hier war nicht... Ah, doch. Die Tasche haben wir mal noch. Jo, jo, jo. Okay. Hier war noch ein Bad. Los. Tada. Finally, out of the house. Locked. Ja, nein, nicht locked. Hier ist nämlich unsere Leiter. Die hab ich vorhin hierhin nicht bestellt. Das ist der Weg raus. Stimmt. Ich hab nicht weiter... Ah. Ich hab nur geguckt, wo die Leiter ist. Ich wusste es doch. Na? Hallo? Ja. Äh, hier? Bin ich frei? Oh, mein Gott. Das ist das. Hallo? Geh weg von mir. Darius! Das ist Lightwater Police. Stay where you are. You're under arrest. Ich? Get down on your knees. Ich? Ich? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin nicht mehr. No, 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 no. He was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems two weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on-site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You. No one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body. Huh? Yep, I don't know why she's listening in the map. I don't know why you murdered that woman. But I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. Ich heiße Blameless? Nein, heiße ich nicht. Jetzt muss ich in den Knast. Also, das machen wir jetzt aber nochmal. Das ist so eine viel zu fröhliche Musik. Komm ich hier raus? Da ist, machen wir nochmal. That's how it all began for me. And it was far from over. Aber sag mir nicht, äh... Alles. Sag mir nicht alles. Ich will nicht alles machen. Oh, nee. Ist das mein Checkpoint? Ich möchte bitte wieder zurück. Ich möchte bitte wieder zurück. Lass mich zurück. Was ist, wenn ich mich, äh, schnappen lasse? Hallo. Guten Tag. Äh. Och, Mann. Aber ich komm doch hier nirgendwo wieder rein, oder? Jesus. Ja, 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 ja. Geh weg von mir! Okay. Dann, äh... Beatrun. Einmal. Einmal nochmal von vorne. Letzter Checkpoint? Ist das mein letzter Checkpoint, ne? Ja, ganz toll gemacht. Ja. Speedrun! Woo! Ich bin ein Architekt. Freelance. So I take job offers. Ja, 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 ja. Das ist das. Das war's. Äh. Das war's. Das war's. Es ist ein Schuss. Es ist ein Schuss. Oh, hier ist es. Es ist mit dem Lüge. Oh, okay. Oh, shit. Ich bin ja noch. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht so gut. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Not. Oh. Not. I don't like the look of that dark corridor. See if the light switch is working. What the hell? She's dead. See the address of this house. Machine like it's dusty. Okay. This is the way out. More dark rooms. Why is everything always locked? Okay. Okay. This must be one of the three suspension liners mentioned in the letter. I need something to do with this guitar. What I actually have. But okay. That's not really easy to do. The other house is the alternative ender. I don't know if I can see this. Or if there is something else. What the fuck? What the fuck? Das war's für heute. Ja, das ist ein Laufhade von uns, das gehe ich. Das ist ein Laufhade. Muss ich vielleicht erst irgendwas triggern? Ich habe noch nicht das Licht kaputt gemacht, oder? Oder habe ich das? Ne, habe ich... Ach so, ich muss das hier bestimmt tun, ne? Wozu sollte ich sonst... Jesus, das Ort ist schrecklich. Habe ich das nicht für einen aufgekriegt? Ach so, ne, ich habe das hier gelesen, ne? Ja, da kommen wir nicht dran. Weil unser Hauptdarsteller eine Mimi ist. Und nix kann. Warum ist alles immer geschlossen? 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 Das geht doch da dran, geht das da weiter, geht da rein und dann geht es ins Nichts. Ahhhh. Ich weiß, es gibt da ein anderes Ende. Wozu sollte man sonst da dran kommen? So, es gibt ja eine Möglichkeit. Oh, das geht. Shit, keine Kraft. Die Elektrik muss ja immer für die ganze Garage verletzieren. Dann guck ich jetzt nach. Es dauert mir zu lang. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich weiß nicht. Ist das die Fusebox-Key? Können Sie mich auch vielleicht mal bebacken lassen? Ich glaube, diese Fusebox kann öffnen. Diese Fuseboxes. Diese Fuseboxen sind schon auf. Ist das die Garage? Das war jetzt nicht so gut. Oh, ich habe gesehen. Oh, ich habe gesehen. Oh, shit, ja. Ich habe das mal zuerst gelesen. Aber es geht. Ja, es geht. Ja, es geht. Aber es geht. Jesus. Ja. Komm schon. Hallo? Geh. Sag mal. Der ist nicht gelaufen. Der ist nicht gelaufen. Jesus. Geh. Geh. Geh weg von mir. So, habe ich jetzt genügend Beweise. Hier ist es. Das ist Lightwater Police. Bleib, wo du bist. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Du bist unter Arrest. Nein. Geh. Geh. Aber ich habe nichts getan. Geh. 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 Du bist unter Arrest. Das ist Panic. Owners sold the house due to personal financial problems two weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on-site. They gave us your description. They never saw another man. But he talks like this, right? How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. And the officers caught you fleeing the crime scene. You, no one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? Yeah, that's what you. I don't know why you murdered that woman. But I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. Das war nicht gut, oder? Wir gucken uns einmal die Credits an. Und dann schaue ich ja mal nach, ob es noch beim zweiten Garagenende eigentlich ein anderes Ende gibt. Das würde mir zumindest auch öffnen. Wozu haben wir sonst die Hinweise gefunden? Das macht doch dann gar keinen Sinn. Oder weil ich das Propanee nicht angeschaut habe. Das ist, wie es alles begann für mich. Und es war weit von über. Das ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Jesus, geh weg von mir! Nö? Ach man! Nein! Oder doch? Was? Das war jetzt... Jesus, geh weg von mir! Das war jetzt! Das ist Lightwater Police! Bleib wo du bist! Sie müssten ihn gesehen haben. Ach, jetzt habe ich ja bestimmt wieder nicht das Ding... So, wir machen das jetzt anders. So, ich habe jetzt nachgeschaut und anscheinend gibt es halt zwei Enden. Einmal da vor dem Tor, durch die Garage und einmal über die Leiter. Aber beide Enden gehen scheiße für uns aus. Tja, das finde ich nicht sehr nett. Nun gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Das war jetzt! 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 Das war jetzt!